Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Bay TFT Ranked. Heute werden wir mal versuchen ein bisschen auf Wild Magic, Gestaltenwandler und Bats hier zu gehen. Also ein Kuddelmuntel und ich will versuchen die Shibuana zu meinen Hard-Counter, ja klar, zu meinen, ähm, wie heißt das Wort, wenn sie, oh, Mann, sie soll es führen, so, Carry, meine Fresse, gut, also sie wird meine Hard-Carry, wenn ich sie ziehe. Letztes Mal haben wir sie nicht gezogen, aber das war auch, ähm, ja, Epic Fail letztes Mal, gut, ähm, ja, ein Gold, yay, warum nicht, das ist ja wunderbar. So, ein, ein Wald bekommen wir schonmal und eine, also seh, der, gut, besser ist nix. Der hat schon Level 2 Darius, das gefällt mir nicht. Der geht nur ein bisschen, ja, okay. So, ähm, wichtig hierbei, so, Gestaltenwandler ist halt, dass, ähm, äh, dass man Shibana plus Aurelio Sol bekommt. Äh, die beiden im Duo sind echt, echt stark. Und, äh, da hilft auch, äh, Brawler sehr viel, weil man bekommt dann, oh, vielen Dank. Ähm, man bekommt dann auch sehr viel, ähm, äh, sehr viel Leben. Und das ist, ähm, auch sehr wichtig. So, wir können auch, äh, ihn hier nehmen, aber, ja, vielleicht bekommen wir ihn ja, weil, die geben auch meist, äh, manchmal sehr viel Geld. Na, der, der geht auch auf, äh, auf Wild. Also, Level 1er, ähm, die man hier zieht, denn, da gibt's ja nicht viele verschiedene, also, deswegen, wird es am Anfang immer, relativ, ähnlich ablaufen. Na, sieht ihr. Wir bekommen beide. Und kein Item, Wilde. So, Nidalee. Und, nochmal ihn. Und ihn. Ja, das sind hier so. Wir könnten Nidalee auch statt ihn machen, aber das wäre ziemlich dumm. Also machen wir es nicht. So, also, diesen hier werden wir für eine Rüstung oder für einen, äh, Zauberstab hernehmen. Diese hier werden wir entweder für einen Bogen oder Zauberstab oder, äh, Tränen hernehmen. Er hat, glaube ich, ja, genau das gleiche von ich. Nur, er hat halt, äh, Yes. Wollte ich gerade sagen, also Nidalee Level 2 ist am Anfang extrem stark. Aber, sein Crew hat's, äh, gerade noch so geregelt. Super. Hm. 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 Okay. Okay, was passiert hier gerade? Äh, wir könnten jetzt auch, äh, weit erstmal wegtun, weil wenn man 3, 3 Level 2 hat am Anfang, das, äh, reicht eigentlich aus für, bisschen Trouble bei den Gegnern. Vor allem, wenn, wenn man Darius hat. Ja, der ist Level A aufgegangen, aber, er hat nur einsam. Äh, das sollten wir eigentlich auch holen. Wenn er richtig ultet. Nein, klappt er nicht. Heute. Super. Na, so, äh, so, äh, so, äh, so, äh, also, äh, also, es war, nicht so gut, wie ich dachte. Ja, also, äh, also, es war knapper, als ich dachte. So. Hm. Flupp. Ähm, was bekommen wir hier? Auch nicht sehr viel gutes. Äh. Ja, ich lass es noch. Warte, äh, datatatat. Warte, 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 warte. Äh, ich mach mal den rein. ein zauberer hinten ist gleich gar nicht schlecht oder ich mache kassadin rein weil kassadin hat mana entzug und das ist glaube ich am anfang auch nicht ganz ganz ungeil also es ist eigentlich nie ganz und das ist gut dass er dann den garen ein bisschen auf jeden fall aufhält und dass man der frozen hart ist hier extrem unschön er hat auch vier ritter das heißt er plockt auf jeden fall 40 der match und das spürt man schon auch gut ich hatte dann wirklich die zauberin reinholen müssen die arie das wäre besser gewesen so also wir holen uns eine rüstung oder ein stab je nachdem was uns ins auge springt also ich bin für sie er aber auch oder doch nicht dann holen wir uns die dann haben wir dann hätten wir sogar schon drei gestaltwandler nicht also elise nidalee und schwanger das probleme ist niederli ist halt level 1 das ist nicht ganz so super nicht ganz so super aber dann können wir schon mal ein bisschen mehr hier das ist super und das ist eine das ist beides super so niederli kommt rein statt ihn was zu machen jetzt hat heute ist auch so war ich weiß was in den schatten lauert da bin ich mal gespannt lulu ist ja hier auf jeden fall auch super gut das hat gar nicht gehalten gebracht aber das war auch anzunehmen weil ich zu wenig level 2 er da drin hat also ich habe die ganzen level 2 heraus weil die keine synergie haben und jetzt fängt langsam an das synergie sehr wichtig wird deswegen mache ich die beiden raus hier das ist schon mal gut dann machen wir was machen wir da wir machen so weil sobald sie level 2 also sobald sie ulti macht schießt sie dann sehr schnell und das ist super dann weil bis hier drache ist dann hat sie hier schon so viel aufgeladen das ist dann wurscht ist so als nächstes werde ich auf jeden fall die macht schon schon schön schaden auf nächstes mal werde ich ihn reinholen und ich versuche eine lulu zu bekommen aber ich also dieses mal nehme ich lieber noch das geld mit also hier level 2 das ist wichtig dann hier denn zwei das ist wichtig so und so und dann der will ab mache ich nicht weil wir sind 12 also level ab mache ich nur nach wenn ich hier geld bekommen okay level ab also items werden hier sehr viel lieber geben gewesen ehrlich gesagt okay was sonst so so jetzt haben wir haben wir wieder 20 jetzt kann ich ja lulu wieder nicht kaufen aber das ist in ordnung das ist in ordnung so noch was geht er bisschen durcheinander oder der gute der geht auf zauberer richtiger fokus sehr gut sehr gut das ist interessant dass die den wäger also ich sehe ganz oft dass wäger level 1 reinkommt obwohl das nicht sehr viel sinn macht naja ok warwick level 2 den tue ich noch nicht rein machen wir zwei wo wick und einmal gut das sieht schon mal ja nicht ganz so schlecht aus wir brauchen noch auf jeden fall mehr brawler also einen brauchen wir noch naja perfekt naja wäre wirklich perfekt guter fokus und wir brauchen auf jeden fall noch um ein frontliner weil ich will nicht dass die scherwander die ganze zeit fokussiert wird ja und das mit denen haben wir jetzt auch dem ohne essen natürlich auch super also da können wir auf brand gehen oder später auf 2 aber das kommt dann ganz später soll du auf jeden fall wo habe ich noch mal lulu und dann sparen wir so für hier brauchen wir auf jeden fall den den stab damit der dann brand schaden macht und sie mit ihren ulti macht ja super viel brand schaden so der macht ihren carry aus twisted ok das ist gut dass er den kazadin von ulti also von mana train weg lockt damit shivana ihr ulti durch bekommen hat auf jeden fall sehr wichtig sieht doch gut aus also drei jahre haben wir jetzt soll jetzt jetzt den stab 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 ihn da die sind da wollen wir aber ich wette wir kommen nicht dran weil leona hier gibt es einige die ja nobel gehen und da ist eine leona natürlich ultra wichtig ja so was gehen wir dann dann gehen wir halt ja wir sind dran super vielen dank dann gehen wir den bogen der bogen plus die rüstung ist unser nächstes ziel also wenn wir mal einen start irgendwann irgendwann so oh das war falsch fast die falsche so wir könnten auch ah das habe ich vergessen dass wir hier dann wären wir lieber auf bf gegangen obwohl ich nicht weiß ob wir bf gehen hätten können das weiß ich zum beispiel nicht so jetzt schauen wir auf wir gewinnen wenn wir gewinnen holen wir noch die ari wenn nicht dann nicht natürlich es wird ja also ich tue mal k6 bisschen weg weil falls ich ja wieder vergesst dass wir auf level 6 sind dann es wird der von alleine rein das ist ja ein blödes das ist die schwarze die ganze zeit fokussiert wurde aber ich hab's trotzdem geschafft wir gehen jetzt der schwarzer juli juli was ist hier los um den gürtel jetzt weil leben braucht sie so oder so und ja jetzt sparen wir ähm genau leben braucht sie so oder so und und das nächste mal ähm ja irgendwann werden wir diesen blöden start bekommen so wenn wir hier ähm noch einen brawler rein bekommen dann werden wir auf jeden fall ähm den k6 raus nehmen und zwei brawler rein also den warwick und den nächsten wer auch immer das sein wird das werden wir verlieren oder das werden wir verlieren oder das ist auf jeden fall knapp sehr knapp aber ja und sein wenn wir gewöhnt hat den richtigen erwischt so hier bekommen wir auch nichts da tun wir jetzt den brawler rein weil was er ziehen hier es sind nicht ganz so gut die machen nicht sehr viel aus die springen ja alle oder ich weiß es nicht so beste nummer vier fehlt uns jetzt noch also am besten wäre entweder blitzcrank oder um oder um das ist super geil hier ist der Stab genau wir könnten wir könnten sie auch zum wir können auch die beiden schnell Feuer machen so und dann bleibt sie einfach hier stehen und feuert von hinten da raus das wäre auch lustig aber warte äh der kommt nochmal rein aber ich tu den raus weil auf den werden wir safe nicht gehen äh ja komm ich mach da ja das level jetzt noch rein jetzt nochmal release hier ist ein brawler hm hier ist ein brawler ein brawler ein brawler äh den tu ich stattdessen raus ich könnte Niederli hier raus tun oder Lulu ich tu nie Niederli hier raus ja ok und dann äh kommt der rein und ersetzt dann eben den kleinen K6 so wieder ganz knapp gewonnen ganz close oh hier ist Lulu ok jetzt äh Zauberermeister führt Zauberer ähm so das machen wir jetzt so ähm ja ich bin echt blind den können wir verkaufen dann holen wir die zwei rein ok ok wir versuchen natürlich ähm ah der macht genau dasselbe wie ich das ist natürlich immer sehr störend so viele spinnen die geht aber meine Schirwana ist besser als seine sehr schön gut und wir haben mit dem Blitzcrank glaube ich die richtige gepult so 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 hier haben wir noch äh Möglichkeit auf Elemental aber ich will eher auf Zauberermeister gehen so ja ja ich hab den gesehen den Wäger aber das machen wir nun nicht ähm wir haben drei Bestien das bringt uns eigentlich gerade nicht viel aber wir müssen das 3er gespannt drin lassen wir brauchen unbedingt nah wir brauchen unbedingt nah und jeder ist ja immer viel zu sehr in in die Front rein die muss äh weg da hier macht auch auf jeden Fall sehr guten Damage sehr gute Arbeit und diese Aufgaben haha gut den können wir jetzt kippen ja sehr schön also wir werden nicht level äh stufe level stufe level stufe 8 so was brauchen wir mhm wir sind erst da dann schauen wir mal kurz ähm genau wir brauchen die Rüstung 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 hier äh Ritter brauchen wir nicht wir brauchen nur die schöne Rüstung und wir bekommen die schöne Rüstung das ist doch mal schön so hier so wir wir hätten auch auf BF gehen können weil eine Trainer haben wir da schon dann hat er unsere Arie öfter ihr Ulti gemacht aber das ist in Ordnung so dann äh mhm wer darf nicht fokussiert werden gleich ich mach sie komm so Ari nochmal no one äh Ari auch nochmal ja komm wir bleiben jetzt auf dem Pfad wir bleiben jetzt auf dem Pfad das ist immer so gut wir bleiben aber auf dem Pfad so ah stimmt die die Schwaner wollten wir ja umsetzen jetzt so so super das war glaube ich der zweite Peace Timer ja der dritte ok so dann schauen wir mal äh wir brauchen noch einen mhm die ist auch sehr sehr Attractive immer äh Siwana uuuuuh Siwana ist kurz vor kurz vor Level 3 dann hauen wir nochmal Lulu raus weil die hat aha 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 und dann hauen wir nochmal sie raus und holen nah rein ok dann nimm mit Level Up machen äh bringen wir nah in das Spiel rein und dann haben wir Bestie 4 und dann können wir vielleicht ähm ja Nidali rausholen obwohl die auch sehr schön immer mitarbeitet uuuh 10 Siege nicht schlecht gut ähm genau nah tun wir dann wirklich rein wenn er Level 2 ist also Level 2 nah ersetzt dann die ähm die Nidali so wir haben halt hier ist nochmal Ari wir haben halt bis jetzt keinen Aurelion Sol nicht mal gesehen das ist halt er schon äh wirklich äh unter anderem äh ich deutsch gut hi so Zauberermeister haben wir nur einen das ist reichlich wenig ok also Zauberermeister das heißt äh Spatula wäre jetzt als nächstes äh richtig nett das ist auch nett Spatula ist netter das ist auch nett ok die beiden sind äh auch sehr sehr nett ähm wer bekommt das das entscheide ich dann später oh yeah it's Orchzeit gut ähm die beiden ja ja komm dann bekommt äh Ari das dann lasse ich Ari drin wir können auch ähm ok den den kicke ich jetzt den kicke ich jetzt es sei denn er hindert meine ja jetzt ist er tot weil den also Scherwander kann er nicht mehr nicht mehr treffen und sie hat so heftig rein ich meine seine Scherwander ja auch aber meine ist heftiger super super ja nochmal morgana ok nochmal morgana ok niemand ein warwick und ein level 3 warwick und level 2 morgana ähm wer wen ersetzt die morgana ich glaube niemand ich gehe jetzt einfach level ab dann haben wir nämlich auch den ähm ja Blitzer im Blitzcrank äh lass ich noch drinnen weil da habe ich ja jetzt noch den ähm Schläger buff ja der äh nah muss auch rein oh man ja genau ne äh nah ersetzt ja die niederli und ähm die habe ich gerade verkauft ähm genau und sie kommt jetzt rein für ein bisschen trouble bisschen dämon power so wir gehen auf 40 runter wir gehen noch weiter runter ok wir bleiben auf 30 so ähm jetzt haben wir mhm das ist jetzt schwer das ist jetzt schwer also ähm wir haben wir können jetzt auf Zauberer gehen also 3er Zauberer werde ich auf jeden Fall machen wen vernichten wir denn gerade so also Decoy aber von wem das ist glaube ich von ihm oder ha gut wir brauchen Spatula natürlich ist äh wenn man mal Spatula braucht ist natürlich keiner da das ist ja natürlich mal klar das ist ja natürlich mal klar was brauchen wir wir haben die pf was nehmen wir 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 ich weiß es nicht äh Träne so dann haben wir Doppelträne also das heißt mehr Mana und mehr Mana bedeutet mehr Ulti und das bekommt sie ähm noch mal noch mal noch mal hier hier Schut 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 okay jetzt bin ich überfordert um gut zauber wir gehen jetzt einfach level ab wir gehen jetzt einfach ein level ab und tun den rein dann haben wir drei magier mit den zwei und die ihm und dann ja irgendwann wenn nahe level 3 ist äh level 2 kommt er dann für vier die die zahlen ja das war gut også zahlt ja komm also jetzt haben wir gewonn jetzt haben wir gewonnen ja wirklich mit Glückwunsch ähm wir haben ihnen das hin Das heißt ja, wenn ich Rüstung bekomme, dann gebe ich es auf jeden Fall ihm, weil dann kann er nicht von kritisch gehittet werden, er kann nicht von Fähigkeitsstärke gehittet werden, sondern nur von normalen Angriffen, dann ist er unsterblich. Aber schau mal, wie ich den einfach zerfetze, wow, it's GG, und Schiwana ist einfach, ja, gut dabei, gut, ja, wir haben halt jetzt mit dem, mit unserer Economy all in gemacht, aber, ja, mei, das ist ziemlich wurscht. Gut, ähm, das Problem ist, er ist nicht wild. Ähm, das Problem ist, er ist nicht wild. Hm. Ja, schläf, äh, wir können ihn, dann auch weg, weg machen. Oh, hallo. Das ist natürlich auch cool. Das geben wir ihm. So. Er ersetzt dann Blitz, würde ich sagen. Er ersetzt Blitzcrank. Blitzcrank, ah, da. Und er kommt schee rein, so. Äh, wo ist, na, wir brauchen jetzt nah. Da ist nah. Er kommt hier rein, und wir sind super dabei, wir können nicht sterben. Gut, OP-Team, OP-Team. Wir haben jetzt, äh, drei Dämonen, wir können noch irgendeinen mit Spatula, äh, zum Dämonen machen, aber, also, der hat nur, der hat nur sechs, sechs Einheiten. Krass. Wieso hat er nur sechs Einheiten? Hat sich er ja wahrscheinlich dann komplett hochgekämpft. Und hatte die ganze Zeit keine, keine Economy aufgebaut. Hat der gerade gegen mich gekämpft und der hat gewonnen? Das will ich sehen. So, ich will, wir, was, was brauchen wir denn noch? Wir könnten für, äh, Ari würfeln. Eine 3er-Ari wäre jetzt auch nicht verkehrt. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob der wirklich so hart ist, ähm. Nee, das ist, äh, also, selbst wenn er gewinnt, ähm, stellen wir uns halt um, und gewinnt dann, also. Ah, ja. Der macht eine, zwei, äh, schön, und der Mensch, aber, der macht sehr schön, der Mensch. Hm, hm. Okay, sie, sie regelt es einfach alleine. Oh, das ist gemein. Gut, äh, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, jetzt, äh, wird es die nächsten Tage, ein bisschen, also nicht jeden Tag was hochkommen, sondern alle zwei Tage. Bye, bye.